Und dann ungeniert und unbemerkt hereinspaziert. Ach richtig, ja, vor ein paar Wochen, da habe ich dem Verband versprochen, so einen kleinen Mäusekameraden zum Erntedankfest einzuladen, zu einem rechten Festtagsessen. Das hatte ich doch glatt vergessen. PS, ein Kind, das immer Hunger hat. Naja, den kriegen wir schon satt. PS, ein Kind, das immer Hunger hat. PS, ein Kind, das immer Hunger hat. PS, ein Kind.